So, hoho... Gerade kurz unterbrochen... Oh, da ist das... Oh, wie Hercules! Unverwundbarkeit! Sehr gut, sehr gut! Hab' hier noch alles? Feuerschwert? Okay, ne hier das normale... So, da war ich grad... Und die brennende Katze hab' ich natürlich einfach nur vergessen! So'n Scheiß... So... Ich glaub' jetzt kann ich auch weitergehen... Maaan, du blöder... Müllmensch! Wow, wow, wow! Zack! Checkpoint, check, check, checkpoint! Und Energie, sehr gut! Und der Mann gibt mir Münzen! Wunderbar... Hier im Level gibt's nicht so viele Gegner... Oder vielleicht gar nicht mal schlecht ist für mich... Weil ich ja nicht sonderlich gut bin... Aber was soll's... Aber was soll's... Ah, okay... Gerade noch von gesprochen... Jetzt kommt direkt wieder ein Zwischenboss... Der Minutaurus... Der bewegt mich mit Stein... Und... Ja, um ihn zu besiegen... Muss ich ihn halt mit Stein bewerfen... Aber der hält auch einiges aus, glaub' ich... Aaaaah! Okay, da war ich einfach zu langsam... Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass ich jetzt hier doch wieder verrecke... Ah, da steh' ich drüber... So... Ja, lacht' ich erstmal tot... Jetzt hier weg, schnell... Ja... Zack... Komm, jetzt lass' ich ihn erstmal werfen... Na gut, das war jetzt... Gerade... Nicht gerade ein Geniestreich von mir... So... Bums... Und Pladoush... Ich trage einen Stein... Ich trage einen Stein... Ich trage einen Stein... Und bewölfte Minutaurus jetzt damit... Und hol' ich mir noch einen Stein... Wow... Nicht mehr viel Energie... Ah, das war jetzt blöd von mir... Weil jetzt bin ich nämlich tot... Äh... 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 Ich muss doch nur einmal treffen... Stell' ich doch nicht so an... Boah... Guck' mal, hol' ich mir erstmal die Energie da oben... Hat er noch mal Münzen für mich? Nein... Geiziges Stück Scheiße... So... Und nochmal der Grenze Spaß... Pfff... Zack... Numero Uno... Nein... Nein... Ah boah... ey... Der braucht immer viel zu lang, bis er diesen... Blöden Stein auf den drauf geworfen hat... Außerdem ist mein Stein ca... Achtmal so groß wie seine... Und... Irgendwie... Weiß nicht... Sieh der mir mehr als ich ihm... Und das ist echt nicht fair... So... Vielleicht haben wir wenigstens schon die Hälfte... Pfff... In die lachende... Fratze... So... Zack... Ganz schön durchtrainiert der Minotaurus... Ah, der sollte sich mal... Vielleicht mal wieder die Brust rasieren... Ja, toll... Nein... 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 Keine... Wie... Spannend... Glaube ich... Warte... Ich hab' nur drei Leben... Das ist doch mal nicht schön... Das ist doch mal nicht besser... So... Und noch ein Stein... Ja, toll... Jawoll... Er ist kaputt... So... Energie... Energie... Checkpoint... 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 So... Ein paar Münzen... Ein Schwert... Hier... Oha... Skelette... Okay... Ich mag hier irgendwie mit einem Schlag kaputt gehen... Äh... Komm... Zack... 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 Ah... So... Pfff... Pfff... Komm... Explodier doch mal... Danke... So... Gehe ich erstmal hoch... Energie kann ich sehr gut gebrauchen... Ah... Komm... So... Oh... Oh... Eine Münze... Und ich krieg hier 100%... Von den Münzen her... Das wär natürlich schön... So... Blitzschwert... Ah... Komm... Boah... Ich hasse diese komischen... Artisten... Stangen... Oder... Flaggen... Pfeiler... Oder wie... Wie... Wie heißen die Dinger eigentlich? Das dauert immer lange... Bis man da sich mal ein bisschen fortgelegt hat... So... Oh... Ich hab gleich volle Energie... Jetzt hab ich nicht volle Energie... Aber fast... So... Woow... Ui... Das war knapp... So... Ah... Der ist ja noch... Ach... So ein verfluchter Mist... Ich hab noch nie einen Löwen gesehen... Der so blöd geguckt hat... Wenn es überhaupt ein Löwe war... So... Ich seh jetzt jetzt, dass der einen blauen Umhang anhat... Das ist mir volle noch nie aufgefallen... So... Hurraaa... Hä... Hey... Ok... Das wird echt ein langes Level werden... Ich hab jetzt grad mal das E... So... Hoch... Na komm... Hoch da... Zack... Guck mal, jetzt wo was da oben ist... Ein Blitzschwert. Was ich wahrscheinlich sowieso nicht benutzen werde. Ch-ch-ch-checkpoint! Ah, doch! Hier schon. Hier kommen nämlich ein paar Harpien oder... Ah, hier sind diese... diese schwarzen Panther mit Schnabel. Die kommen hier und versuchen die dicken Leute hier zu fangen. Die kommen runter hier. Ich schaue mal ein paar Feuerbälle ab. Ey! Lass mich in Ruhe! Ich habe noch genug Leute zum Einfangen. Okay, jetzt habe ich keine Feuerbälle mehr. Natürlich schade. So. Inwiefern muss ich jetzt so lange schwarze Panne mit Schnabel besiegen. Bis die Energieleiste komplett blau ist. Teils bis der keine Energie mehr hat. Der... Böse Wicht. Stirb! Du auch! Ah! Sehr gut! Ey! Penner! So! Von hinten!